Auf dem Foto, das bin ich. Ich heiße Lukas. Ich bin 10 Jahre alt und spiele extrem gern Fußball. Ich kann es kaum glauben, aber ich bin im Finale auf dem Rasen. Also ist Kortenskind. Wie ich das geschafft habe? Meine Schwester hat mir da geholfen. Die kann nämlich Videos machen. Außerdem kann die richtig gut Fußball spielen. Ja, und ich spiele auch gut. Ich kann auch mit dem Ball jonglieren. Meistens gelingt es sogar. Wir haben ein Video gemacht und damit habe ich mich beworben. Die dummen Sachen haben wir natürlich weggelassen. Naja, und ich habe gewonnen. Ihr wollt bestimmt wissen, warum ich euch das erzähle. Ich kann euch nicht ins Finale einladen, aber ich wünsche mir so sehr, dass ihr dabei seid. Ich würde wahnsinnig gern mit euch im Finale auflaufen. Alle in Deutschland wünschen das. Und ihr könnt es schaffen. Ihr seid ein super Team und könnt extrem gut Fußball spielen. Ja, und jetzt kommt mein Video. Hallo, ich bin Lukas. Ich bin 10 Jahre alt und ich spiele schon seit ich klein bin Fußball. Jetzt auch in der Kreislaufwahl. Das habe ich alles von meiner großen Schwester gelernt. Wir spielten in der U17 Nationalmannschaft und sie hat auch schon mal im großen Stadion gespielt. Und ich würde so gerne mal im großen Stadion mit den Stars auflaufen. Wir spielten in der U17 Nationalmannschaft und sie hat auch schon mal im großen Stadion gespielt. Ich supplies und sie hat auch schon mal im großen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017